Natürlich. Nur noch mal deine Bohnen hoch. Nee, du machst den Scheiß. Ah, shit. Der ist da oben auch, shit. Oh, shit, bitch, shit. Haben sie sehr viele gebraucht. Junge, nehmt die Bohnen hoch. Danke. Dann los. Alt F4. Drücken sie Alt F4. Mit ner Feuerwehr-Scheiß. Mit dem Feuerwehrwagen. Wollt ihr mich verarschen? Ich versuch's, die haben aber ein Feuerwehrauto. Nicht so einfach. Schnell reden, Aiden. Gummibrett. Hier kann man fast 150 Dollar im Handschuhfach verstecken. Wollt ihr die kaputt machen? Was ab? Scheiß Feuerwehrauto. Alter, ist ja unbesiegbar hier. Was ist da los? Wie machst du denn das jetzt? Ihr Ernst? We have reports of a high speed chase through oncoming traffic. A large transport is involved. We need units on the scene. Euer Ernst? Scheiß, Alter. Fahr doch. Ja, jetzt kommt die Polizei noch nicht, oder was? Das ist quasi... Finde ich extrem bekackt. Ja, genau. Komm ich mal irgendwie rüber. Ich kenne das, ihr geht doch nicht auf den Keks drauf. Der Typ ist genau auf der anderen Seite. Das ist schrecklich. Stopp, repeat. Stopp your vehicle. Nope. Not gonna happen. Ja, ihn verfolgt er nicht, oder was? Der wollt mich verarschen, der rennt hier mit der Feuerwehr durch die Kiste und die macht gar nicht. Nee, stimmt nicht aus dem Weg jetzt hier. Da will ich verarschen, ne? Halte doch mal den fetten Feuerwehrwagen auf. Haha. Oh shit, shit. Bitch. Alles gut. Mein Auto ist voll im Arsch. Ja, deswegen brauch ich mein Auto. Oh shit. I'm sorry, aber alter, Alter. Ich hab grad den Heli mal ein bisschen genutzt. Alter, was hast du für ein Auto hier gemobst? Das kann ich fahren. Ich werd mich einfach mal verarschen hier. Ich kann uns essen. Aus dem Weg, ja. Meine Güte, macht den scheiß Helikopter platz. Was mach ich? Was haben die denn da für den Scheiß gemacht? Tja, Leute, das brauchen wir nicht. Das hat's mit X, was ist das? Bestimmt nicht. Ich möchte niemals leben. Das hat ein Ohr doch mal. Du machst doch noch Mist. Mit deinem Alter. Ich krieg den nicht administrisiert, den scheiß Helikopter. Nee. Entschuldigung. Es tut mir leid. Das hab ich nicht gedrückt, scheiße. Schafft das auch so? Warte. Kitty. Mountain Climber. Nee, Kitty will ein bisschen. Hui. Kriegen wir hin. Geh. Krempel jetzt. Es ist auf dem Schädenkopf, Mann. Mann. Der riecht mich mal ein bisschen auf. Green typisch. Weil der einfach zu schnell ist. Du kannst doch nicht wirklich was gegen machen. Außer halt übelst schnell fahren. Ich krieg den nicht ins Visier. Scheiß den. Den Scheiß den krieg ich nicht ins Visier. Ja, Kitty. So machst du es richtig. Mann. Nee. Ich krieg den Scheiß Heli nicht ins Visier. Ich weiß. Schrecklich, ne? Ja. 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 Ja, Leute, ihr könnt alle ein nettes Auto fahren. Alter drin. Aus dem Weg, ich muss ja aus dem Gebiet raus. Oh Gott. Richtig so. Aus dem Weg. Kenos, aus dem Weg. Echt? Das ist schlecht. Wo ist er hin? Alles gut. Kenos, alles gut. Kitty macht das schon. Kitty muss ich erstmal... Na, das will ich nicht. Kitty muss jetzt erstmal zu ihrer Quest. Wie kommt sie denn da hin? Wie komm ich denn da schnell noch hin? Die paar Meter kann ich jetzt auch noch fahren. Das ist ja wunderbar. Was? Was? Ich habe was ich, wir sind bereit. Du bist eigentlich nach Ray Kenny. Ich kann nicht glauben, dass wir ihn gefunden haben. Ich habe ihn noch nicht gefunden, aber wir sind nahe. Er könnte nicht helfen, du wissen. Wenn er die Fälle gibt, ist er sich selbst verletzt. Dieser Mann war ein Wissler. Du sagst, dass die Fälle haben Blackmail und Bloom. Da gab es Blackmail auf alle. Ich denke, ein ex-Bloom Radical wird das schwer verletzt. Wenn du dich findest, Ray Kenny, was du ihm hast? Das ist gut. Alles gut, Leute. Ich bin hier nur am Autofahren. Das passt schon. Alles wird gut. Solange es noch geradeaus geht, funktioniert das. Ansonsten eher nicht. Wer will denn schon wieder was? Hallo, Partner. Ich war gerade mit Nicky hier. Sausse, Frau. Du schraubst eine Haare, und ich schnauere dich. Du schraubst deine Siblinge. Sie ist ein Hott-Hatt wie du. Warum du dich telefonierst? Sie ist gefragt, ob du sie kommst, um sie zu holen. Ich habe gesagt, ich habe einen Check. Ich habe jemanden, der kann die Daten ausküren. Ich bin alle Ere. Der Name ist Raymond Kenny, von CTO Esteveld. Er ist in Pawnee, ich bin da jetzt. Das ist eine Nachfrage. Aber ich werde meine Veto hier benutzen. Was ist das? So sieht's aus, Freund. Scheiße, ich weiß es nicht. Oh Gott. Was denn? Was ist das hier? Erinnern? Oh, oh. Stimmt, ist der scheiß Tunnel, hä? Oh, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich weiß nicht. Oh, mein Schnucki. Oh, mein Schnucki. Sie ist nicht alt geworden, sie ist sechs Jahre alt. Alter. Wo ist mein Auto? Hier ist mein Auto. Wie ist das nicht, Freunde, wie ist das? Definitiv, wir müssen deine Schwester retten und deine Schwester geht gar nichts. Family ist immer Nummer eins. Immer. Geht vor alles. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich jetzt da rüberkomme? Alter, Alter. Entschuldigung. Tut mir leid. Brauchplatz. Alles für gut. Ich muss nur da rüber rum, weißt du, mit Boot und so. Lebt ja gute Sachen hier. Also echt, die Stadt lebt einfach nur. Das ist so geil. Hat jemand ein Boot für mich? Muss ich da rüber schwimmen? Muss ich da echt rüber schwimmen? Das sehen wir nicht. Das Boot gehört doch niemand hier, hä? Ist das mein Boot? Ja, mein Boot. wheelschreif. Two-k-tops-tops-tops-tops. beim Anschluss-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops-tops. Hopp. Ich packe das Netzwerk-Axis. Ich werde das Pauni Kontrollzentrum. Dann bin es gut. Ich bin gut zu gehen. Ich weiß es nicht, wie es teuer ist. Ich bin Silva. Alles gut. Ich bin voll mit Stimme. Ich hab sogar die Zugangsgröse jetzt. Träum schnell. Alles gut. Shit, alter. Ich sehe noch alles, oder? Shit. Shit, lauf. Alter, lauf. Oh, shit. Yes. Alter, wir haben's heute drauf. Guck dir das an. Like a boss, man. Easy peasy lemon squeezy. Oh, nee. Dann musst du auch wieder rechecken. Ich sehe das schon, okay. 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 Und du? Wo ist hier noch irgendjemand? I don't understand the shit. Warte mal. Ja. Ist das noch ein schönes? Heck. Entfernen klingt nach einem Traum. Das ist riesig. Wollte schon mal gesagt haben. Was darfst du jetzt tun? Gebiet verlassen. Find ich gut. Kann ich gut. Schnele lilele. Schnele lilele. Schnele lile. So schnell kann's gehen. haben wir ihn jetzt da ist doch da ist doch da haben wir uns noch was kann und dann können wir mit dem auto dahin fahren so weit ist es gar nicht aber ich will nicht hinschwimmen ja da wenn ich die möglichkeit damit boden von jürgen kann auch mit boot von mit boot rüber dann müssen wir nicht so aus dem rumpf vorgabe boden von das passt doch jetzt nicht kann beschweren dass ich sein boot mobster aber das ist ja diese stehen halt hier rum was soll ich machen weil sein mantel ist nass oder so cool kein gut boot fahren das war ein assassin's green wunderbar gesehen guck dir das an ich kann aber wenn du schrammst dann klatscht aber kein beifall schwuddele schwuddele mach mal die musik leiser hoffnung ist ein trauerspiel ja okay so to pop an apple pie yeah this small town charme is bullshit most of its refugees from the city still hiding from something i used to bring jackson lena here once in a while the fish we never caught a single one they never seem to care and some of my best memories are from here and my worst und 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 passwort zurückgesetzt dann dann was sloppy pierce stay sharp all right someone around here received the reset code ich habe ein reset code nee nee ich habe kein reset code hätte ja sein können was ist das was ist das war nun keine packte andere angestellt so okay wir gucken vielleicht kann man hier unten noch gehen we gucken wir uns nicht und jetzt das 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 Vielen Dank.